nur noch vier leute wo sind der rest jetzt wieder hier da kommt einer die zwei sind da vorne anscheinend die kann man alle aufheben klar und blubber aber passt ok noch was Schüsse? Für wen oder was auch immer? Oh. Ich will auch meinen Navy-Revolver nicht abgeben. Bruder, beruhig dich. Das hilft niemandem. Jetzt habe ich halt so einen behinderten Schiffeltrevolver. Hör auf. Das ist ein Schrotblinde, ne? Ein Doppelläufiger. Ich würde gerne meinen Bogen mal loswerden für hier. Der hört ja jetzt gerade wie Trumann. Wobei, ein Doppelläufiger ist noch ein bisschen mau. Hätte gerne das Karkano oder sowas. Wo sind sie denn? Ich habe gedacht, das Ding tötet immer. Aber naja. Ne, du. Wo ist er nicht immer? Der hat gesessen. Hä? Wo ist denn der andere hin? Was ist auf der anderen Seite mit... Hä? Wie sind denn die jetzt weggerannt? Oh, was ist das hier? Wieder ein Doppelläufiger. Braucht doch keiner. Oh. Oh, ein Verbündeten hat es erwischt. Oh. Die Verbündeten sterben jetzt gerade weg. Den hat es weggehauen. So nicht komplett oder was? Jetzt aber. Geht doch mal drauf hier. Oha. Ne, ist einer von uns. Ach komm. Die rennen hier auch wie die Bekloppten rum. Der geht nach oben, ne? Da. Willst du mich nerven? Ah, guck mal. Alter. Okay. Wo sind denn noch welche? Oh, da oben. Ähm. Wieder zwei weg. Das sind unsere Leute. Oh ja, komm. Stirb doch am besten noch hinterher. Ja, halt dich mal fest. Oha. Überraschung. Überraschung. Wo sind denn die? Da oben ist noch irgendwo einer. Ich denke, der ist tot. Drei Leute noch. Oh. Da vorne rennt einer. Der ist aber flott. Weg. Und irgendwo da hinten. Okay. Hallo. Ja. Um ihn zu heilen. Okay, also wir können die auch noch mal heilen. Okay, gut. Well, thank you. Ja, geschehen. Was schon. Was schon, aber. Also, ja, wenn wir auch das jetzt nicht schaffen. Das ist für mich jetzt gar nicht so wild. Also, für mich geht da jetzt nichts verloren. Äh, hier ist nix. Was gibt es hier? Was ist das denn für eine Waffe? Lancaster gegen Richfield. Okay. Litchfield. Okay. 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 Oh, okay. Ja. Leg dich hin. Ey, wie viele Schüsse brauche ich denn noch mit dem? Was war denn? Kommt er doch. Ja, die Schießereien werden ja auch immer näher kommen. Oh nein. Ich bin, ja. Ich bin halb mal runtergefallen. Passt schon. Hier, zeig. Oha. 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 Ach, komm. Na gut. Müssen wir halt doch hier hoch. Hier würde ich jetzt nur Schrotflente brauchen können, ne? Ah, okay. Okay, uns hat es direkt erwischt. Ist okay. Nee, nee, nee. Wir wiederholen sie jetzt nicht. Nein! Winter ist wieder. Ach, nö. Nee, ich wiederhole sie nicht. Ich gehe direkt raus. Nee, ähm, ist okay. Kann man machen, aber, ja. Auch hier wieder ist es einfach nur sinnloses Abhalten von, also wer Spaß dran hat. Für mich ist es einfach nur so, wir stehen da jetzt und schießen einfach von uns rum. Und ich kann es nicht mal gerade abbrechen. Okay. Ja, wir brechen direkt ab. Keine Frage. So. Einmal bitte. Och, ne, jetzt. Nicht das Spiel beenden, sondern... Kann ich nicht einfach hier raus? Oh. 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 Ach, weißt du was? Ich stürze mich einfach zweimal von der Front und dann ist gut. Das ist ja... Das ist ja nicht auszuhalten. Vom höchsten Punkt. Nee, ist klar. Dann haben wir endlich Ruhe. Okay, einer. Ich glaube, jetzt reicht uns auch weniger. Ja, der heilt sich nämlich wieder. Und deswegen gönne ich mir mal... Och, schön. Zweimal runtergefallen, reicht. So, dann. Und ich kann hier nicht mal raus, ne? Nee, ich würde super gerne einfach ins Freeroam gehen. Aber ich kann halt nicht raus. Warum? Oh. Ja, bitte geh ins Freeroam. Brich die... Brich das ab, Alter. Oh. Eieieiei. Eieiei. Ich sag's euch, ne? Also, wir haben jetzt die Flucht angetreten hier. Puh, gut. Dann gucken wir uns die nächsten Missionen an. Vielleicht sind die ein bisschen spannender, aber ich glaube, es wird halt dabei bleiben. Eskortieren, schießen, die Stars verteidigen. Ja. Wie gesagt, es gibt Leute, die mit so einem Online-Modus Spaß haben. Ich hab' nicht so'n Spaß damit. Also, ich bin dann eher der Typ, der dann ein Survival-Spiel macht und dann baut wie blöd oder... Keine Ahnung. Was gibt's denn noch? Es gibt so viel, was man machen kann, also... Deswegen. Bei anderen springen uns gutes Story-Game oder sowas, ne? Gut. Eine neue Einkommensquelle. Na gut. Also, man merkt ja schon. Oh, fette Beute. Fette Beute klingt doch nach etwas, was man machen kann. Ne? Also, keine Ahnung. Auch irgendwas cooles Story-lastiges macht mir auch mehr Spaß, ne? Ähm, ich find' halt auch Multiplayer gut, wo ein bisschen Story dabei ist. Zum Beispiel bei Destiny 2 hat mich das damals sehr interessiert. Oder halt bei so Sandbox-Games wie, ähm, Mountain Blade, wo du deine eigene Geschichte schreibst, ne? Das ist zum Beispiel, was mich am meisten juckelt. Also, da gibt es halt einen Haufen Spiele. Und ja. Aber wir gucken trotzdem rein, weil, wie gesagt, ich hab' jetzt eine Zeit lang sehr lange gespielt. Gerade die Story-Mission. Auch darüber hinaus ein bisschen. Aber, ja. Oh, nein. Ich gelange auf das, ja. Ich werd' draufkommen. Und die Frage ist, wie? Hallo? Hallo? Okay, jetzt rein da. Okay, wir sind drauf. Ah, das ist so'n Heist-Ding. Okay, gut. Ähm, Schränke? Ah, ja, okay, gut. Schrank durchsuchen. Gibt's ne Waffe? Okay. Nix. Oh, ja. Da fliegen die Kugeln. Aber was suchen wir denn? Also, suchen wir... Hallo? Ja, gut. Das war... Ja. Ja. Das war ein bisschen überhastet. Besuch einfach nur Wertgegenstände. Na gut, okay. So, dann rein da. Nochmal. Wir gucken uns mal... Hier hinten durch. Öffnen. Was mag da denn drin sein? Nichts. Oh, ja. Und wo kommen die jetzt? Werden wir gleich sehen. Ist zu. Bin jetzt hingelegt. Die werden da hinten hochkommen. Gut. Gucken wir mal hier. Hier ist nicht viel. Also, irgendwas scheint hier zu sein. Aber was? Hier unten? Okay. Im Arbeitszimmer. Wir werden wahrscheinlich eh gleich erwischt. Ja, also, die wissen ja auch immer, wo wir sind. So. Da haben wir etwas. Eine Taschenuhr. Hier ist nichts mehr. Ah, okay. Okay, passt. Okay, hier ist nichts mehr. Hier irgendwas. Und wir können mal hier reingucken. I don't know. Ich meine, das ist jetzt hier auch offen wie sonst was. Hier ist nichts. Ja, gut. Gibt es hier irgendwas? Ja, gut. Hier ist eine Truhe. Gucken wir mal rein. Eine Kette. Wahrscheinlich unten ist noch was. Ja, dann müssen wir nur noch runter. Oder hier gucken. Den Schrank hier. Noch mal auf. Hier ist nichts. Gut. Hier ist eine Truhe. Okay, hier ist was zum Mitnehmen. Hier ist was. Hier ist nichts. Aber ich kann auch nicht. Doch, kann ich. Nein, hier ist auch nichts. Doch, da ist was. Das sehe ich nur nicht so gut. Okay. Okay. Très farb. Euuuh. Pff. Hier ist was. Na komm mal rauf. Brother. Passt. Und dann. Oha. Wieder Schuss. Ah, hier sind noch irgendwelche Sachen. Ähm. Ich nehme eine Möhre mit. Okay. Ne. Ich würde eigentlich gerne langsam und so. Brötchen mitnehmen. Möhre mitnehmen. Möhre mitnehmen. Mach den Tisch auf. Schnell. Komm, komm, komm. Oh ja. Da ist nichts. Oh ja. Hier ist noch ein Ring. Können wir gehen? Ah. Danke noch oben drüber. Hier. Hier. Nö. Hier gibt es aber keine Schränke. Äh. Hä? Also da hinten. Noch immer. Ah. Hier ist noch ein Schrank. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Ist nix. Hier ist was. Okay. Was? Gibt es dann quasi in jedem Raum was? Oder wie ist das gedacht? Oh ja. Schüsse. Ah, okay. Zwei Treffer. Ähm. Okay. Die kommen rein. Okay. Okay. Dann kommen sie nicht zu mir. Bringe die Wertsachen zu Josiah. Okay. Gut. Dann heißt es vorne raus am besten. Oder einfach hier über die Seite. Hopp. Weg mit euch. Hertz. Pferd. Pferd, 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 pferd. Und los geht's. Komm hoch. Gut. Tschüss. Untertitelung. BR 2018